Herr Dall, Ihr Applaus, überraschend heftig würde ich sagen. Ich habe mehr erwartet, ja. Ich habe eine ganze Stunde am Faxgerät gesessen. Um die eingehenden Nachrichten aufzufangen und gleich für sich mitzunehmen oder um was zu faxen? Nein, dieser Film für Sie, gnädige Frau. Jeder zweite Fax, Lederstrumpf. Nehmen Sie Platz, Frau Jaschke, Frau Wanders. Tag, ich kenne Sie gar nicht. Ich habe nur gehört, dass ich nett zu Ihnen sein soll. Lieber Karl Dall, ich kenne Sie und ich habe deshalb mir vorgenommen, sehr nett zu sein. Ja, um es kurz zu machen, lieber Karl Dall, wir haben heute alle uns vorgenommen, etwas nett zu sein. Wir haben ein paar Utensilien mitgebracht, die haben wir hier hinten. Was haben wir hier? Wenn Sie Schuhe ausziehen möchten, zum Beispiel ein bisschen fußfrisch. Ich mache Ihnen eine Fußmassage. Ja, Frau Wanders macht Ihnen eine Fußmassage. Ich würde mir ja noch eine Suzuki kaufen. Ich habe auch ein offenes Hemd, ich kann es auch noch offener machen. Haben Sie denn auch Lederhosen? Da bin ich ganz von den Socken, ja. Herr Dall. Meine erogene Zone, DDR, die ist woanders, die ist einen halben Meter höher, ja. Halben Meter in der Kniescheibe, komme ich gleich zu, ja. Wir haben verschiedene Parfums mitgebracht, ich weiß jetzt nicht genau, was Ihnen gefällt. Ist Tosca, ist das Ihr Parfum? Oh, das hatte meine Mutter immer schon abgelehnt. Nicht. 4711 habe ich als Telefonnummer, 4711 als Telefonnummer abgelehnt, ja. So, haben wir... Jetzt habe ich auch keine Insekten mehr am Fuß, nicht? Nein, ich staune über Ihren schönen Fuß. Außer dieser eine Insekt, der da rumfummelt. Der ist ein bisschen klein, finde ich. Haben wir Hühneraugen vielleicht, Lilot? Ich mag das, wenn Frauen an mir rumfummeln. Aber er hat eine Beule an der Ferse. Ach, hier habe ich vielleicht auch... Was will ich sagen, Marlene? Gefällt Ihnen das Egoist von... Firma, müssen wir das nicht nennen? Channel. Naja. Auf welchem Channel sendet denn dieser Egoist, ja. Wir haben ja so viele Channel... Tolle Leute übrigens hier, völlig normale Menschen wie ich. Ja, wirklich. Prima Menschen. Ich mag sie, auch die da oben. Die Leute, die hinteren Reihen, das sind meine Leute, ja. Warum müsst ihr euch immer noch so abmühen? Ich bin Stargast, hier hängen die Tausender. Und ihr müht euch hier da 90 Minuten rum und redet euch im Wolf. Wirklich, habt ihr das noch nötig? Ja, die Frage ist ja eigentlich, ob Sie es nötig haben, weil Sie haben mal gesagt in einem Interview, ich gehöre eigentlich nicht auf den Bildschirm. Jetzt kommt Herr Thoma an, der will Sie vom Bildschirm verbannen, ja, ganz reizender Herr, der will Sie dann nicht mehr haben auf dem Bildschirm. Und jetzt auf einmal feiten Sie mit dem rum. Warum eigentlich? Sagen Sie doch, Thoma, alles in Ordnung, vielen Dank, ich verschwinde ein für alle. Hast du auch Thoma Perin dabei? Nein, nein. Thoma wollte mich verbieten, aber das kann er ja nicht. Es gibt ja immer noch so Randgruppen, die mich einladen, so wie ihr hier, Frau Jaschke. Das finde ich toll, dass diese Menschen hier... Das finde ich prima. Ja. Wahnsinn, ich weiß nicht, wie ich das titulieren soll, ja. Kommen Sie aus dem Untergrund? Aus der U-Bahn, aber die fährt ja im Moment auch nicht mehr, ja. Ja. Hier in der St. Pauli liegen die Mülltüten vor der Tür, warum seid ihr nicht da? Das war gut, nicht? Ja. Es ist längst nicht so schlimm, wie wir erwartet haben, sonst hätten wir uns schon dazu gelegt, ja. Herr Teil. Wenn Sie jetzt das wieder nicht verstanden haben, schalten Sie Bildschirmtafeln an. Ja, jetzt wissen wir, es ist doch endgültig. Herr Dall. Mein Fuß fängt jetzt an, ich bekomme jetzt Eczeme. Ja. Das ist einzunehmen, ja. Würden Sie, wenn Sie denn könnten, eigentlich mal gerne selber in einer Ihrer Sendung eingeladen werden? Nein, ich würde nie in meine Sendung gehen, weil da gehe ich nicht hin. Weil die Verarschungsgebühr zu gering ist? Nein, ich lasse mich nicht gerne verarschen, deswegen gehe ich nicht in meine Sendung. Ah, ja. Ja, ach. Deswegen haben auch solche Leute wie ihr große Chancen, mal eingeladen zu werden, wenn das langsam runter geht. Darf ich euch anrufen für die nächste Sendung? Klar, wir werden mit Freude ablehnen. Ja. Frau Jaschke ist wirklich, ich kenne Sie vom Fernsehen. Ach so, ja. Von Film, Film, Funk und Arbeitsamt, Frau Jaschke, ich muss wirklich sagen, so was wie Sie, ja. Was war noch für die Frage jetzt, ja? Die Frage war eigentlich, gibt es einen Gast, an den Sie sich besonders gerne erinnern in Ihren Sendungen? Ja, Genscher, nur Haut und Ohren. Ach. Nein, nein, nein. Nein, der war ja noch gar nicht da, nein. Ich, 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 ich habe alle gerne. Ich wollte immer haben, ich hatte noch zwei Wunschgäste, das hat nicht mehr geklappt. Also Kinski ist verstorben und Honecker hat dann auch aus verschiedenen Gründen abgesagt und deswegen. Ist das nun mal Suchismus, dass die alle zu Ihnen hinwollen? Ja. Ja, ist ja ein wunderbarer Gedanke, das ganze deutsche Volk und die Star-Elite besteht aus Masochisten, da habe ich ja ein weites Feld noch zu beackern. Herr Dall, Sie sind jetzt wirklich von den drei Weibern die Erotischste hier, ja. Ich glaube, wir fahren ihn raus. Ja, wir fahren ihn gleich raus. Bring mal bitte den Koffer von Herrn Dall. Herr Dall, wir haben uns erlaubt, ein bisschen in Ihrem Hotel zu stöbern. Wir haben einen Koffer mitgebracht. Wir haben auch den anderen Sender auf dem Kanal, ja. Wir sind ja verkabelt. Excuse me, Sir, I suppose it's your suitcase. Nein, das ist meiner. Können Sie bitte mit Untertiteln sprechen? Das ist die Videotexttafel 150 für Hörgeschädigte. That is your suitcase, Sir. Das ist Ihr Koffer. Yes. So. You shit before my cover. Hast du vor meinen Koffer geschissen oder was? Bitte hierhin mit dem Koffer. Sir, your English is brilliant, Sir. Shall I open my Koffer? Ich mach ihn schon auf. Das ist ja sehr interessant, was ich hier alles... Das ist der Koffer von Herrn Dall. Das ist der Koffer, das ist der Koffer, das ist der Koffer, das ist der Koffer, das finde ich ja nur eine Frechheit. Das sind alles meine Sachen, das ist bloß da drin, du. Das ist erstaunt... Nee, Frau, wollen wir nachher einen zur Brust nehmen, ja? Es erstaunt mich sehr, dass Sie sowas auch fahren. Die ganze Nacht durchgepämpft, ja, Frau Jaschke, ja? Ist nicht von mir, ist nicht von mir, ich hab nix damit zu tun. Nee, Sie haben ja einen verblichenen Schuh, haben Sie, ja? Ja, war günstig, das Paar. Sehr interessant. Einzige, was verblichen ist, ist der Schuh, ja? Herr Dall, das ist eine Thomas-Gotschalk-Perücke, wenn ich das richtig sehe. Wollen Sie lieber aufsetzen? Ja, gerne. Dann muss ich jetzt mein Mikro mal hier... Nicht, dass Sie das verwechseln, ja? Ich mach mich gerne zum Affen. Das ist ja für Randgruppen hier. Was ist das, eine Unterhose? Die Marke Windjammer. Ja. Pyjama-Hose. Was ist das denn hier? Eine Peitsche. Du alter Sau, du Mensch. So, fahren ihn raus! Geht raus mit uns! Raus mit ihm! Raus! Weg mit ihm! Weg mit ihm! Du wirst doch nur gepeitscht aus! Komm doch hin! Raus! Ich weiß, ja! Raus mit ihm! Ja! 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 Ich weiß, ja! Ich weiß, ja! Wie ist das? Wie ist das? Ja! 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 Vielen Dank.